Hi ihr Lieben, jetzt wird Moritz mal die Murmelbahn bedienen. Ist ja nicht mal so einfach, weil er diese Glocke da treffen muss. Und mal gucken, ob er es hinkriegt, der Dicke. Ja, er hat es geschafft, er hat es geschafft. Yeah, super. Momo, du bist spitze, stimmt's? Ja, du bist großartig. Juhu. Gut.